So, ganz vorsichtig geht's weiter. Da kommt der schon wieder. Oh, scheiße. Bleibt der da stehen? Komm, lauf weiter. Das ist ja ganz im Norden. Könnte ich ihm umhauen, glaube ich. Oh, Mann! Oh, Mann! Du bist in der Schacht! Du bist in der Schacht! Du bist in der Schacht! Cool das. Well done. Kann den Kontrollpunkt überspringen? Was ist das denn? Also, da gibt es mal, ich muss hier eigentlich schon einen ausschalten, finde ich. So, da läuft er her. Die sind wir jetzt eigentlich schon direkt hinter den Zelten. Was ist das? 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 So, nur eins! So, hier läuft jetzt noch ein zweiter rum. So, der. Hier geht er als nächstes hin. Auf jeden Fall weg von hier. Da ist er jetzt dran. Nur mal wieder mein Lieblingsopfer. Geht die ins Holz. So. 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 Was ist das? Was hast du gemacht? Du hast es geschafft! Du hast eine Fahrt-fahrt gemacht! da kommen schweiz ja ich weiß nicht da natürlich versuchen wir es mit den das war nicht so gut ich kann die pferde befreien oder so was 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 zum Lager vielleicht kann ich was mit den Pferden machen die Idee die ich noch habe um ansonsten kann ich noch ob ich irgendwie Betäubungspfeiler habe naja kein Giftmischer weil ich die Schlaf nehmen kann was 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 abs oh also ich weiß nicht wie ich da um ich machen soll ich muss mich fährt kannst du in ihnen so es ist ins krieg näß ich kann ja wenig mann Ah, Waffen auffährt. Hm, hier gibt es auch... Feuer mal. Ich weiß nicht, ob ich da mal ein Zelt in Brand stecken oder sowas. Da den ollen Wagen. Scheint zu gehen, aber kümmert sie nicht. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Bleib hier, Junge. Was ist das? Was ist das? Das geht auch mal kurz. Hm. Das ist schon wieder scheiße. Ich den abpacken bevor sie umdreht oder nicht. Ah, es wird knapp. Was ist das? Was ist das? Oh! Das ging ja noch mal gut. Das ist auch schrecklich. Das soll werden erledigt, jetzt kommt dieser Hatzepuder runter. Ich kann hier halt irgendwas in die Lüft, ja. Da steht er. Da steht vor uns. Jetzt geht er mit dem Nestlager. Ja. Ich weiß nicht, ob ich das hier versuchen kann. Ich weiß nicht, ob ich das hier rauskomme. Ich habe ihn nicht. 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 Das war ich nicht. Ich habe nichts getan. Komm, ich brauche dich hier. Boah, das war jetzt aber mal ein ordentliches. Ja, habe ich. Hier, ich habe deine Dinge, glaube ich. Ja, danke dir. Ich bin sehr entschuldig über das. Auch die Heilige Dinge sind nur Dinge. Die Menschen, das Herz, nicht mehr. Was jemand verletzt? Niemand wurde getötet. Gut gemacht, gut gemacht. Ich wünschte, dass mein Kind so ein Entschuldig ist. Meine Menschen verdienen einen großen Geld. Und ich gebe dir sehr wenig. Aber bitte, mach das. Wir glauben, dass es zu sein ist. Danke. 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 Take those herbs I gave you. Bitte. Und das ist alles, ich hoffe, dass Sie sich in sich finden können. Ich bin ein Mensch. und schmerzhaft und sensibel. Er ist ein Mann, der ich nicht so lange vorhin gefunden habe, wie ich mich weich gefunden habe. Ich weiß nicht genau, wer was ich helfen soll. Oh, was ist das? Davon muss man viel hüsten. So, ähm. Ja, Reservoir. Captain Monroe. Weiß nicht genau, wer was ich helfen soll, aber helfen ist immer gut, Leute. Also helfen. Ich bin lieber auf dem Weg, ich weiß nicht, was da ein Stein auf mich wartet. Ich bin lieber auf die Seite, ich bin lieber auf dasITY an. Ich bin lieber auf Englisch. Das ist ein Zeug. Ja, jetzt! Das ist der Weg aus der Zeit Das war's für heute. Das war's für heute. Ja! Das ist schon ein langer Rittier wieder. Ich kann's hier keine Waffen benutzen. Das liegt auch gar nicht. Hallo. Komm her. Hallo. Hier bin ich, wie gesagt. Captain Monroe. Natürlich. Das war's für heute. 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 Tulen strong assistant琴amis. Das war's für heute. Das war's für heute. Bis zum nächsten Mal. Du bist der Lackst Ident, Herr Morgan. Aber meine Be Appen schweißen, dass diese Arbeit ein weerst ist, Well, firstly, I'm a long way from a good man. Secondly, fool's errands are my favorite kind of work. Fair enough. In that case, I can see we shall be great friends. May I ask you a question? Of course. Why don't you just tell all the folk up in Washington what kind of an idiot Colonel Favors is and save us all of them. A lot of bother. Unfortunately, the government doesn't work quite like that. If you say so. There. I think that's the wagon. All right, get yourself out of here. Just remember to keep it clean, understand me? Don't worry, I'm as clean as they come. All I do is clean. Well, good luck. Don't meet you back at the reservation. Try not to get yourself killed, Mr. Morgan. Well, now, I can't promise. And I can't promise. I can see if I can move on top of the building. Ich kann euch das jetzt merken. Mal schauen. WTF? Kann ich das nicht sehen, weil da so eine scheiß Spielbenachrichtlinie von Steam kam. Ja, erschießt mich. Hier bin ich. Ja, ich kann ja jetzt nicht sagen. Mein Gott. Ach Gott. So lächerlich. Wie ist das?